Ja, und dann schauen wir uns eben mal drei, drei Probleme an. Das erste ist, häufig sind gerade die Techies, die sehr gut sind, auch etwas kreativ. Ja, was meine ich damit? Du denkst jetzt vielleicht, ah, Techies und kreativ, die sind doch irgendwie genau das Gegenteil. Nein, dem ist nicht so. Es gibt auch innerhalb der Techie-Szene, der Techie-Welt sozusagen, wenn du ein Softwareentwickler bist, dann weißt du sehr wahrscheinlich, von was ich spreche. Die, sagen wir mal, unterschiedliche Kategorien von Softwareentwicklern. Diejenigen, die mehr oder weniger, sagen wir mal, so ein bisschen Skript-Kiddy sind, das heißt, die machen eigentlich gar keine Entwicklung mehr, sondern die schieben einfach nur von A nach B irgendwelchen prädefinierten Code. Eigentlich sind das sogenannte Consultant. Im Enterprise ist es häufig so, dass man sagt, okay, bei zum Beispiel Salesforce CRM, SAP CRM, teilweise auch CMS ist teilweise schon, ja, so prädefinierte, nur noch, also stark konfigurierbare Enterprise-Software-Lösungen, die teilweise sehr, sehr teuer sind, aber da wo letztendlich überhaupt kein einziges Zeilen Code mehr geschrieben wird. Ja, und natürlich manchmal ist dann viel Customizing dann doch wieder hier nötig, aber häufig eben dann doch nicht, ja. Das ist so die eine Kategorie. Und dann gibt es da die andere Kategorie, das sind so richtig die Die-Hard-Software-Ingenieure, ja, die so richtig coden, so richtig tief reingehen und dann auch teilweise in unterschiedlichen Aspekten, also quasi von den Backend, ja, und gleichermaßen tief drinnen stecken und so weiter. Und die sind teilweise dann auch, ja, sehr gefragt. Aber was wichtig ist, hier sozusagen die Zeit für Geld zu lösen, ist dann teilweise auch nochmal eine ganz andere Geschichte, ja. Das heißt, wenn du natürlich jemand bist, der sehr, sehr gut ist in seinem Fach, also generell einfach ein sehr viva-techy ist, ja, das ist auch eh nicht so schön in der Digitalbranche, also die extremst kreativen Leute, ja, also Grafikdesigner und so weiter, die extremst kreativen, die extremst gut sind, die sind meistens extremst schlecht in irgendeiner Art von Struktur, weil das widerspricht dir ja schon mal per se, ja. Und solche wirklich, ja, im Grunde sehr, sehr guten technischen Leute, die versuchen ständig was Neues, die brauchen ständig auch einen Kick irgendwo, ja, also die sind zum Beispiel sehr interessiert daran, irgendwelche Prototypen zu erstellen und so weiter, ja, und auch das ganze Konzept mitzumachen und all diese Sachen und so weiter. Ist letztendlich jetzt, was den Verkauf und Vertrieb und Marketing betrifft, dann nochmal ein ganz anderer Ansatz, ja. Also es ist nochmal was ganz anderes, also wenn ich jetzt eine Software-Dienstleistung verkaufe, nach dem Motto, hier sind die Anforderungen, wir programmieren es runter, wir erstellen es. Als wie wenn ich sage, okay, ich gestalte die Anforderungen mit. Als wie wenn ich sage, okay, ich gestalte das irgendwelche Konzepte mit. Als wie wenn ich sage, ich steige schon ganz nochmal einen Schritt weiter vorne ein mit der ganzen Strategie, ja. Wie ist denn überhaupt euer Geschäftsmodell, ja. Und dann sind wir schon wieder ganz stark in der Unternehmensconsulting, also in der Unternehmensberatung drin, ja. Und natürlich, all diese Felder gehen Hand in Hand und fassen wie kleine Zahnräder zusammen und häufig in der Praxis, und ich rede jetzt hier auch von wirklich von großen Voluminen, die da draußen quasi ausgegeben werden von, ja, sagen wir mal Old Economy, ja, so Industrieunternehmen und so weiter, ist da, liegt da auch genau da die Schwierigkeit, ja. Dass man letztendlich hier super starke Unternehmensberater hat, die aber letztendlich überhaupt nicht in der Tiefe sind, was dann die Umsetzung betrifft, ja. Teilweise die Tools gar nicht innen auswendig kennen, die sie selber vorgeschlagen haben, ja. Und dann irgendwie ein Pamphlet abgeben als, sagen wir mal, Anforderungskatalog oder Pflichtenheft. Und dann irgendwelche anderen Dienstleister, die es umsetzen müssen, die aber gar nicht verstehen, was da drin steht. und, 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 also tausende von Sachen. Und du, wenn du jetzt quasi im Scale-Up bist, ja, das heißt, also meine Zielgruppe ist ja sozusagen hier auch, insbesondere von dieser Akademie, also im Zuge, im Kontext dieser Videos, die ich hier mache, sind sehr häufig kleinere Firmen, beziehungsweise du bist noch im Scale-Up-Modus und kannst dich da eben super positionieren, indem du einfach all diese Dinge verstehst und den Kunden eben dann genau da abholst, der sich ja in der Regel mindestens zwei bis drei Mal schon verbrannt hat, ja. Aber genau diesen Konstrukten und genau an diesen, sagen wir mal, Ungereimtheiten, die da draußen vorherrschen. Dann, ja genau, und das ist letztendlich, wir sind ja hier in dem, in dem Kapitel beim Thema produktisierte Dienstleistung oder Entwicklerleistung, ist es natürlich für dich viel, viel schwieriger, irgendwas zu standardisieren, dann immer gleich zu machen, sodass du es quasi als Produkt verkaufen kannst, wenn du so ein Viva-Geist bist, ja, also quasi, wenn du quasi dieses, wenn es das vielleicht sogar ist, was dich überhaupt kickt an dem, was du tust, ja, oder deine Leidenschaft vielleicht sogar ist, ja, hier zu standardisieren und quasi wie so eine Konserve draus zu machen und also zehntausendfach zu verkaufen, da tut es dir vielleicht dann extrem schwer. Könnte eine Herausforderung sein, also ich sehe es ja immer wieder in der Praxis. Dann das Zweite ist, Probleme bei Großprojekten. Das habe ich auch schon vorher lang groß erklärt. Also, wenn, desto größer die Projekte, desto mehr Variablen da mit drin sind, ne, also teilweise reden wir ja hier von mehreren Dutzenden von Entwicklern, teilweise, es gibt ja auch größere Projekte für Autobauer, Chemie und so, die also quasi große Systeme, IT-Landschaften jetzt umstellen in die Cloud, ganze Geschäftsmodelle umwälzen, ja, ganze IT-Landschaften quasi konsolidieren und Re-Plattformen machen und, 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 ja. Da sind teilweise hunderte von Entwicklern mit dabei, von unterschiedlichsten Firmen, intern, extern, Tochterfirmen, Subcontractor, also, ja, und das ist schon mal eine Sache, wo ich sagen würde, okay, hier willst du auf jeden Fall Zeit für Geld verkaufen, weil it's impossible, ja. Also, ich meine, warum solltest du dir das antun, wenn du am Ende sogar noch mehr Risiken eingehst und die Wahrscheinlichkeit, dass du dadurch mehr Geld verdienst, quasi gegen Null ist, ja. Du kannst, wenn du dich als Experte, als Spezialist positionierst, schalte dazu bitte nochmal mein Positionierungsvideo an, ja, quasi Red Ocean dann als Spezialist und dann als Superstar. Und du solltest definitiv dich als Spezialist Minimum positionieren können, ja, insbesondere wenn du mit mir zusammenarbeitest und dann hast du deine guten Tages- und Stundensätze und so weiter. Und wenn du das natürlich dann quasi duplizierst mit Mitarbeitern, ja, dann hast du da einigermaßen gute Marge. Und ich kann ja eins aus Erfahrung sagen, ich habe mit Unternehmen zusammenarbeiten dürfen in der Vergangenheit, die dann auch von großen Konzernen wie VW und so weiter aufgekauft wurden, dass da teilweise Tausende von Mitarbeitern drin sind. Also natürlich nicht nur alles Entwickler, auch UX, UI und Grafiker und dies und das und alles Mögliche natürlich, ja. Aber ich rede hier von großen, großen IT-Dienstleistern und Softwarehäusern und so weiter, dass, ja, die sehr, sehr gutes Geld verdienen, ja, und letztendlich Tagessätze verkaufen, ganz schnitt normal, ja, in den häufigsten Fällen, ja. Okay, dann, ich will einfach nur damit sagen, dass du nicht so quasi so narrow-minded sein musst, um gutes Geld verdienen zu können oder sehr super erfolgreich zu sein oder Multimillionär zu werden oder irgendwelche großen Firmen aufzubauen und dann einen Exit hinzulegen und so weiter, ne. Deswegen, also, das hängt nicht davon ab, dass du deine Dienstleistung produktisierst, ja. Und dieses, dieses quasi dieser Claim, wo halt manche Coaches haben, ja, es ist nur das und nur das und nur das, das ist der, das ist der way forward, das ist der way forward, nichts anderes. Okay, da will er sich halt quasi positionieren wieder als Coach, aber die Realität ist halt einfach ein bisschen, sagen wir mal, mit mehr Variationen beglückt, ja, die alle irgendwie funktionieren können. Und nur da müsste man halt letztendlich dann wirklich tief in die Mitarbeit, die Zusammenarbeit reingehen, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden begleite, Coach und so weiter, also wirklich one-to-one, jede Woche, ja, je nachdem wie intensiv, desto intensiver, desto besser, aber letztendlich, da kann man nicht irgendwie so ein paar Videokurse abdrehen, das reicht dann alleine nicht aus. Das ist so ein bisschen ein Teaser zum Verständnis, zur Vermittlung, Ideengebung, aber insgesamt braucht man natürlich noch mehr. Dann, das Letzte ist, Probleme mit komplexen neuen Projekten. Und das ist halt auch das, wo halt wiederum das Thema, wo ich es wirklich sagen muss, ich habe viele Anfragen gehabt schon, von wo ich mir sage, okay, das ist eigentlich gar kein Softwareentwickler, ja. Also, ich kriege eine Anfrage bei mir, zum Beispiel, jemand hat meine YouTube-Anzeige gesehen oder sowas, ja. Und dann, ja, so und so, und dann steht da auch irgendwie auf Google, steht dann dort ein Softwareentwickler oder irgendwie was. Aber der Geschäftsführer, der mich da anfragt für eine Zusammenarbeit, ja, für Vertrieb und Marketing, das ist dann sozusagen bei mir Buchdienstleistung, der Geschäftsführer, der mich da anfragt, sagt zwar, dass er ein Techie ist, aber ist er nicht wirklich. Und ich merke das auch sehr schnell. Da gibt es nämlich sehr stark Unterschiede. Naja, das ist mehr oder weniger auch nur, ja, ein Kaufmann, der halt irgendwie mal was mit Programmieren zu tun hatte, ja. Und wir sprechen dann meistens auch eine sehr gut gleiche Sprache, aber das nennt sich so richtig, sagen wir mal, ja, so richtig ein Ingenieur oder so ist es nicht. Und wenn das der Fall ist, dann wird es auch schwierig mit neuen Projekten, mit neuen Projekten, also quasi, wenn er häufiger neue Projekte an Land zieht, ja, die immer wieder unterschiedlich sind, ja. Aber gut, vielleicht auch ein anderes Thema für ein anderes Video. Okay, soweit so gut zu diesem Thema produktivisierte Dienstleistungen. Es geht weiter im nächsten Video. Ich will jetzt hier mal einen Schlussstrich ziehen für dieses Video. Ich hoffe, ich konnte uns ein bisschen anteasern, ein paar Ideen geben und den anderen dann irgendwie auch ein bisschen weiterhelfen. Das ist endlich, es ist, nochmal zusammenfassend, nicht so eine einfache Kiste, dass ich sage, hey, ich will auf Biegen und Brechen nur noch für Projekte Festpreise oder ich will nur noch Tagessätze. Es kann das eine sowohl als auch das andere Vorteil oder auch Nachteil für dich sein. Und das will ich damit einfach noch sagen, mit diesen zwei Sätzen nochmal zusammenfassend. Und dann wünsche ich dir eine schöne Zeit und bis zum nächsten Video. Bis dahin, dein Thomas Klein. Ciao. Ciao. Ciao.